Lego Batman 2 DC Superheroes ist ein Open-World-Abenteuer, in dem ihr in die Rolle von Batman, Robin und vielen anderen DC-Superhelden schlüpfen könnt. Joker verbündet sich mit Lex Luthor und versetzt Gothelman Angst und Schrecken. Um die Bürger in Schach zu halten, befreit er allerhand Bösewichte aus dem Arkham Asylum und sorgt für ein heilloses Chaos. TT Games hat sich Mühe gegeben und mit dem zweiten Teil der Batman-Reihe ein Lego-Majenklötzchen gesetzt. Mit einer von Filmen unabhängigen Story, einem Haufen Sammelobjekte, toller Grafik, dem originalen Batman-Theme und gewohnt charmanten Humor hat sich Lego Batman 2 an die Spitze der bisherigen Lego-Titel gekämpft. Vor allem mit einem zweiten Spieler neben sich macht die Ganoven-Jagd besonders Spaß und sorgt für gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017